Hey Leute, das ist ganz höher am Willkommen bei WTN Germany. Sie ignoriert den Hate. Jessie Bunny, wie sich die österreichische Influencerin im Netz nennt, nimmt ihre Follower in ihrem Alltag im Netz mit. Dort präsentiert sie nicht nur, wie sie sich in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Ops verändert hat, sie zeigt auch auf, wie die Menschen darauf reagieren. Wegen ihres Aussehens muss sie nämlich viel Hate einstecken, Jessie blendet die Kritik aber aus. Das macht sie immer wieder unter ihren Instagram-Postings deutlich. Ich werde wegen meiner Lippen online wie auch offline viel angegriffen und ich will nur sagen, sie sind noch lange nicht groß genug, schrieb Jessie beispielsweise zu einem Schnappschuss, in dem ihr Mund im Fokus steht. So muss sie sich offenbar oft kommentieren. Hey guys, this is Ganshan. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Vielen Dank.